Willkommen liebe Leute, hier ist euer XCD92X mit einem kleinen Tutorial. Mir wird gerade immer häufiger die Frage gestellt, wie ich das Ganze mit Single-Leute und der Webcam gemacht habe. Und deswegen will ich das in einem kurzen Video erklären und hoffe, dass die Fragen sich dann erübrigen. Was braucht man dazu? Man braucht eine Webcam, ja. Man braucht dieses Freeware-Programm, Debüt-Video-Catcher-Software. Man braucht natürlich, also so wie ich es jetzt mache, Fraps und Sony Vegas Pro 10. Ja, das sind die Programme, die ich dafür benutze. Was ich mache, ist, ich starte Debüt-Video-Capture, ja, jetzt seht ihr gerade mein Bild, ich weiß. Und, ja, und natürlich Fraps. Wichtig ist hier, dass ihr die Video-Einstellung, also dass ihr aufnehmen wollt, den Sound. Und hier bei Debüt-Video-Capture geht ihr auf Option, wartet einen kurzen Moment, bis die Optionen geladen sind. So, da habt ihr hier die Kamera. Hier unten, Capture Sound, Haken raus machen, nicht aufnehmen. Ähm, ja, genau. Nicht aufnehmen, äh, den Sound. Was macht ihr dann? Ihr geht, äh, ihr drückt auf Rack. Und, äh, jetzt kommt der Schwierigkeit an der Sache. Und zwar benutze ich deswegen diese Taschenlampe, die man eventuell jeden Part bei Singularity sieht. Und zwar leuchte ich ein wenig in die Kamera, also nicht in die Kamera, aber so neben die Kamera. Und, äh, immer wenn ich dann auf die Aufnahmetaste drücke, im Spiel, bei Fraps, mache ich die Taschenlampe aus, sodass ich weiß, äh, wo ich zusammenschneiden muss. Ähm, ja, was mache ich dann? Dann habe ich hier, jetzt mache ich hier mal auf Stop, dann habe ich eine Webcam-Datei, wo ihr die speichern könnt, könnt ihr auch unter Optionen einstellen. Wenn ihr diese Webcam-Datei dann habt, und halt die Spieldatei, die sind ja ungefähr gleich lang, die Webcam-Datei ist halt, äh, 5 Sekunden länger, einmal um in das Spiel reinzukommen, und einmal, äh, um aus dem Spiel rauszukommen, dann wieder auf Stop zu drücken. Deswegen geht das mit der Neuaufnahme auch nicht gut. Ähm, auf jeden Fall, äh, geht ihr dann, äh, ja, in Sony Vegas 10. Und, ähm, ja, das Einzige, was ihr da macht, ist, äh, diese Webcam-Datei zu nehmen. Die haben wir jetzt, also hier, Fraps könnt ihr dann auch schließen. Äh, die Webcam-Datei, hier haben wir sie, ähm, da reinzupacken. Und ihr seht, er hat halt keine Soundspur, das ist auch so gewollt. Und dann habt ihr jetzt hier irgendwo, äh, ja, okay, jetzt hab ich hier grad nur Sends Row irgendwie, äh, hier 18 Sekunden, Sends Row, bla bla. Und dann packe ich das ebenfalls hier rein. Hallo? Ja, da reinpacken, bitte. So. Und, ähm, ja, was mach ich jetzt, ähm, erstens, ich gucke, zoome hier relativ nah ran, gucke, wo dann die Taschenlamp-Aufnahme, also hier, ähm, wo ist hier das mit der Taschenlampe, da hab ich das grad erklärt. Auf jeden Fall, da, wo die Taschenlampe halt, äh, Klick macht, suche ich dann raus. Wo haben wir's? So, da irgendwo. Ja, es ist ein bisschen Friemelsarbeit, das ist auch so. So, also hier ungefähr. Und, ähm, dann schneide ich das, was davor ist, alles weg, weil davor hab ich ja noch nicht aufgenommen. Und dann passe ich das halt an, je nachdem, wie ich, ich sehe meine Mundbewegung und ich sehe die ersten Sätze, die ich bringe. Und dann, äh, passe ich das halt so aneinander an. Okay, das passt jetzt, stimmt jetzt nicht überein. So, jetzt die letzte Sache. Und zwar, wie, äh, ich das Bild hier richtig mache. Und zwar, das sieht auch sehr verteilhaft aus, ähm, macht ihr hier oben auf dieses kleine Zeichen Event Panorama Cropping. Und zwar nur bei der Webcam-Aufnahme. Und dann habt ihr hier, verdammt, das war jetzt falsch, jetzt hab ich das da oben reingezogen, Idiot. Könntest du das bitte wieder rausziehen? So, und zwar habt ihr jetzt hier, äh, eine kleine Fläche. Was heißt klein? Also eine Fläche. Und ihr zieht jetzt, das seht ihr auch schon in diesem Video-Beispiel-Fenster, äh, einfach das Groß. Und ihr zieht das, also in meinem Aufnahmen hab ich das, äh, ziemlich groß. Und zwar halt immer größer. Ihr seht das ja. Das heißt, ihr seht, ihr könnt, dieses F-Fenster ist das, was ihr seht. Und ihr könnt damit also bestimmen, wo genau das sein soll. Und, ähm, ja, also ich hab's jetzt irgendwo. Ne, das war falsch. Ne, ich hab's jetzt irgendwo. Hier, nein. Hier. Ja, so, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich hab's hier gespeichert. Ihr könnt dann nämlich, wenn ihr mehrere Videos aufnehmt, einfach dann hier auf Speichern klicken, da wo ihr es haben wollt. Hier hab ich jetzt zum Beispiel Singularity und dann packt ihr das automatisch in die Ecke, in die ich das immer gepackt hab. NuSense Row hat jetzt eine andere Auflösung als Singularity, deswegen sieht das jetzt, äh, halt so etwas merkwürdig aus. Ja, dann könnt ihr euch auch noch, äh, das wieder schließen. Hier könnt ihr euch das auch nochmal größer angucken. Hier, da oben ist jetzt das Webcam-Bild. Relativ klein. Und, ja. Gut. Äh, das war's auch eigentlich schon. Was mach ich dann? Datei rendern als, äh, ja, gebt einen Titel ein. Ich speichere das als WMV. Äh, ja, HD 2730p, Video mit 6 MB, Benutzer identifiziert. Mache hier natürlich, ja, alles, was so eingestellt ist. Also ihr könnt euch das jetzt gerne durchlesen, was ich hier alles eingestellt habe. Halt, äh, 1280x27p. Ähm, ja. Das war's eigentlich auch. Dann, äh, speichere ich einfach nur, warte, bis das Rendern fertig ist. Hier sind Lars hoch. Ja, das war's schon mit diesem, äh, kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und ich hoffe, dass die Fragen dann diesbezüglich, ähm, abnehmen. Ja. Viel Spaß damit. Und, ähm, nein, ich kenne keine anderen Wege. Das sind, das ist der Weg, den ich benutze. Bitte fragt mich nicht darüber, äh, ob man das auch noch irgendwie anders machen kann. Mit Sicherheit. Ich weiß nur nicht wie. Ich hab es, ich mach es so, wie ich es, äh, ich gerade gezeigt habe. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit den Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Hedi.